Hier ist literaturlounge.eu, heute mit der Kinderbuchrezension zu Desta und das Labyrinth im Gartenteich. Ein Buch von Emi Ebrahamsen. Der Klappentext, eine fantasievolle Alice im Wunderland Geschichte. Was für ein Schrecken für Desta, als sie mit einem Stöckchen im Seerosenblatt anpicken will, stürzt sie in den Gartenteich. Der ist groß und tief und Desta ist plötzlich nicht nur nass, sondern ganz klein und in der Unterwärserwelt gefangen. Drei Rätsel muss sie dort lösen. Sich gegen allerlei Getier, Schlingpflanzen und vieles mehr behaupten, ehe sie nach überstandenen Abenteuern wieder das rettende Ufer erreicht. Alleine hätte sie das nie geschafft. Zum Glück hatte der Teichbewohner Till Desta bei ihren Aufgaben unterstützt. Und fast fällt es ihr am Ende schwer, sich von Till zu verabschieden. Doch kleine Mädchen gehören unbedingt an Land. Meine persönliche Kinderbuchrezension. Also entweder werden Kinderbücher immer hübscher oder ich immer kindlicher, wenn ich Kinderbücher lese. Diesmal sitze ich hier und habe gerade Desta und das Labyrinth im Gartenteich mir zu Gemüte geführt. Bei den Worten von Destas Mutter, sei vorsichtig und oder pass auf beim Gartenteich, hatte ich meine Familie vor Augen, die mich früher ähnlich warnte. Aber wie das bei so Kindern ist, natürlich habe ich nicht auch richtig aufgepasst und landete im Fischteich im Garten. Und Desta landete auch darin. Ich hatte weniger Glück und bin im Winter darin gelandet. Desta hingegen im Sommer, wie mein Ausflug endete, ist nun nicht weiter von Interesse. Destas Ausflug in den Gartenteich ist auch wesentlich amüsanter und schöner als meiner. Wie Destas Mama es gesagt hat, existiert in dem Gartenteich ein Labyrinth und da landete Desta auch. Sie lernt Till die Traulquappe kennen und die Desta auch durch das Labyrinth begleitet. Sie lernt noch verschiedene andere Tiere im Teich kennen, wie zum Beispiel den gemeinen Gelbrandkäfer, welcher Desta auch das erste Grätsel aufgibt. Desta hat in diesem Labyrinth verschiedene Rätsel zu lösen und auch Gefahren zu überstehen, wobei ihr Till immer wieder weiterhilft. Jeder der beiden, die geschrumpfte Desta sowie die Kohlkörper, haben ihre Stärken und Schwächen und ergänzen sich. Dadurch, dass Desta so klein ist, lernt sie, die vielen verschiedenen Gefahren, die im Gartenteich lauern, von einer besonderen Seite zu kennen. Sie erkennt, dass sogar der Gespringbrunnen für so kleine Wesen eine große Gefahr ist. Das Buch besticht durch schöne Rätsel, die logisch sind, aber auch durch die liebevollen Zeichnungen der verschiedenen kleinen Lebewesen und Pflanzen im Gartenteich. In erster Linie ist es ein Buch für Mädchen um die acht Jahre, aber für mich ist es auch ein Buch für alle Kinder, die einen Teich im Garten haben oder sich gerne in der Natur bewegen und eine gewisse Fantasie haben. Eines sollte natürlich klar sein, am Gartenteich muss man immer eine gewisse Vorsicht walten lassen, aber auch mit offenen Augen und das Leben im Teich und um den Teich herum beobachten. Ich kann sagen, dass man da vieles sehen und entdecken kann. Man entdeckt immer wieder kleinere Abenteuer und kann auch Rätsel lösen, wie es im Buch beschrieben ist, wenn auch für eine etwas andere Art und Weise. Der ist da unter das Labyrinth im Gartenteich, ist im Jahre 2018 erschienen, gibt es leider nur noch als Restauflage und ist von Emi Abrahamsson damals geschrieben worden. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Markus von literaturlounge.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der literaturlounge.eu. Euer Markus. Das war's für heute.